Neu im Disney Channel. Das ist Casey. Ein Teenager mit einem ganz normalen Leben. Ich bereite mich auf einen Test vor, schreibe ein Referat und finde trotzdem Zeit, um dich zu nerven. Bis eines Tages... Du musst mit mir mitkommen. Schatz, wir sind Spione. Wir brauchen unbedingt deine Hilfe. Was? Ich bin ein ganz normales Mädchen. Normal, das denkst nur du. Du bist sowas wie ein Genie. Und dazu kommt noch, du bist eine geborene Kämpferin. Was sagst du, Casey? Bist du dabei? Jetzt bekommt Casey von ihrer Familie das ultimative Geheimagententraining. Das wird jetzt wehtun. Aktiviere Abhörmodus. Ich hab die Agenten im Visier. Mit extra Kick. Wer bist du? Das verrate ich nicht. Mein Name ist Casey Cooper, ich bin 16 Jahre alt und bin Spione. Das macht ja mehr Spaß, als ich gedacht hab. Casey Undercover. Ab 14. September im Disney Channel. Berlin. Ich bin 6 Jahre alt und binター King. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020